In meinen Träumen bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich... Hallo ihr Lieben und willkommen zu meinem Vlog. Wir sind gerade auf dem Weg zu Bräuch. Die Freundin ist da. Ihr habt ja bestimmt den Vlog gesehen. An Silvester hatten wir mit Bräuch und der Freundin gefeiert. Und jetzt ist sie wieder da und wir freuen uns schon auf sie. Ja, wir fahren jetzt zu denen nach Hause. Ist ganz spontan. Ich habe auch nur ein paar Kleinigkeiten eingepackt. Ich hoffe, die freuen sich trotzdem, weil ich natürlich nicht irgendwo hinkonnte kurz und was holen konnte. Wie auch heute Sonntag. Nina ist auch frisch angezogen. Sie hat ihre neuen Klamotten an. Und ja, wir fahren jetzt auch los. Oh, der Polk kurz war es bei der Tankstelle für die kleine Maus hier. Ne? Und Nina hat ihren neuen Kuchenwagen dabei. Und sie fährt ganz gut damit. Obwohl die Räder vorne nicht schwenkbar sind, fährt sie ganz gut damit. Ne? Babyschale Banasen, ne Missen? Ja. Ja, cool, ne? Wenn du in dir blühen willst. Dankeschön. Nein. Nein? Okay. Naja, ihr Lieben, ich versuche mal dort aufzunehmen ein bisschen, wenn ich kann. Aber ich denke schon, weil wir haben die ein bisschen zum Aufgenommen. Nur wo ich mich ein bisschen schämen würde, ist halt, dass die Mama und die Schwester dabei sind. Aber das geht schon. Das Zimmer da unten ist geil. Das ist das Bräuchtszimmer. Ja. Das zeigt mir, was man möchte. Man sieht man, ist nur den Garten. Das sind ja Steine, ne? Ich dachte, das ist Sand. Boah, Nina, deine Hand ist richtig dreckig geworden wieder. Oh, nein. Ja. Du bist Kind geworden? Nein. Soll ich dich schaukeln, Nina? Ja. Okay, warte. Hörst du das Baby weinen? Ah! Ah! Ich bin jetzt schon. Ich höre diese Ingenz-Im-Panzenhauses-Jackpot. Wow. Nein, jetzt gehen wir rein. Ich schau mal damit, guck. Okay. Okay. Gibt es die, gibt es die von mir? Diese Schaukel im Zoo ist geil. Warum kann man da noch ein bisschen machen? Ja? Nice. Oh, mein Bauch. Jetzt kipselt das bei dir auch. Ja. Ich glaube, weil wir nichts vergessen haben. Geht dir. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich weiß nicht, wie es geht. Gute. Hallo. Mann, ich weiß nicht. Mann, Mann. Mann, Mann. Mann, Mann. Mann, Mann. Mann. Nein, nicht nach vorne. Aber die kippt sich nach vorne, Lina Böhle otzisch. Lina, so. Du hast Angst. Guck mal, deine Hand bis hier nach unten, so, Aferin, halt dich fest, so, so, fest, okay? Ja, Jukarabak, Böhle Jukarabak, Aferin, Müll, Auto, Auto, weißt du, was sie gestern gelernt hat, Mond, so, wir waren jetzt bei Deutsch, aber Lina war ein bisschen, äh, zufällig. Zu frech, deswegen waren wir hier kurz auf dem Park, die haben sich jetzt fertig gemacht, jetzt gehen wir was essen in Ports, bei Nirvana. Nirvana heißt das, ne? Nirvana. Ja, mal schauen, was das will. Der nimmt bestimmt wieder hier Adana-Spieß und so. Normale. Schau, was ich will. Schau, was ich will. Schau, was ich will. Schau, was ich will. Schau, was ist deine Ernst? Au! Ich schlafe! Au, ja, Lina. Ich muss Lina auch umziehen, weil sie war komplett voll mit, äh, Erde und Stein. Hallo ihr Lieben, äh, heute ist schon der nächste Tag. Ich hab gestern nicht mehr gefilmt. Wir waren auch nur noch essen und haben nichts mit dem Zeitpunkt gemacht. Danach war später auch der mit seinen Freunden draußen. Und jetzt spielen wir mit Lina. Ich hab ihr diese Sand gekauft. Und damit wollen wir jetzt spielen. Super. Da. Ach, hier ist ja schon der Sand. Lina, der ist aber hart. Warte, wie funktioniert denn das? Der ist ja voll hart. Hart? Ja, das ist hart. Nicht, dass der... Ich hab's nicht gestern. Ich hab's nicht gestern. Ich hab's nicht gestern. Mann, es gab's nicht gestern. OLL ich habe mich so ein fahrzeug ist der sand ist auf jeden fall ein bisschen härter und also ich würde es empfehlen für zuhause das kann man auch schön staubsaugen aber wenn ihr so ein tablett drunter legt und dem kind dann auch auf dem tablett spielen dann ist alles ok also auf dem boden sind jetzt nur ein zwei kummel und das kann es eh staubsaugen solange es dir spaß macht das macht auf jeden fall spaß und hält und da kommt echt viel raus also wir haben bestimmt 20 und für die die es noch nicht bekommen haben das war von 3 mark für 3,50 ich weiß gar nicht ob es auch andere farben gibt ich habe das nämlich an der kasse gekauft hier spielen genau ja du hast ein bisschen auf dem boden gekleckert ja ich weiß gar nicht wie viel wir haben ich habe um 12 15 meter arzt ich bin immer noch krank so ihr leben wir sind mittlerweile schon mittlerweile sehr lange zu hause ich habe nudeln für lina und nicht gemacht mit so einer arabica soße so nudelsoße mit zwiebeln und so und hat es auf der arbeit und ich habe unnormal lust auf sushi seit drei wochen wir wollten gestern ich habe euch ja gesagt dass wir mit freunden essen waren beim türken eigentlich wollten wir sushi essen gehen aber diese gebrannten sushi aber sind wir dann nicht werden wir halt mit unseren freunden waren ja ich habe jetzt auch der geschickt dass ich voll bock drauf und dass wir mal auf jeden fall dahin sollen damit der ok darauf freue ich mich schon total ja wir waren beim arzt mir geht es auch ein bisschen besser ansonsten gibt es eigentlich nichts neues ja ich bin jetzt am bügeln wie man sieht und es wird auch mal wieder zeit ich mag das nicht wenn zu viel wäsche rum liegt also wenn man welche korb voll ist dann heißt es einmal kommt bügelzeit und die wohnung sieht aus wie sau also das muss alles gebügelt werden und dass der rest hier obwohl es nicht so schlimm die sind noch nudeln und getränke hier auf jeden fall muss ich mehr wasser trinken meinte die ärztin weil ich bakterien habe ich hatte das schon immer aber das ist nie weggegangen also ich habe auch antibiotikum zu bekommen ja mal schauen sie meinte kann sein dass es eine blasenentzündung ist aber die meinte vielleicht kommen auch die bakterien von innen die müssen vielleicht nächstes mal einen abstrich nehmen oder so das hat doch ich habe das schon immer gehabt auch in meiner schwangerschaft mit dina und da musste ich halt zäpfchen einnehmen und das hat auch nicht geholfen richtig scheiße so was aber was willst du machen wenn es nicht weg geht kann ich auch nichts dafür jetzt habe ich eine komplette flasche fast leer getrunken ich habe die damen auch angelogen ich habe gesagt ich trinke zwei liter und das stimmt natürlich nicht aber anderthalb liter sind auch fast zwei liter oder ja sie meint sie müssen mehr trinken drei liter wenigstens jetzt muss ich eine woche warten und nach der woche also jetzt ostern danach müssen wir noch mal zum frauenarzt mensch ja und die noch ist angezogen sie war auch ganz brav wir haben drei stunden gewartet lena bitte kein chips mehr schatz es spät geworden nur noch eins ja okay übrigens nach jedem chips essen potzten sich ihre zähne genau wie bei marcia und den bären so nimmst du eins und gibst du mir das schatz ja schatz ja erst eins und dann gib mir das bitte okay bitte bitte lena sollen wir morgen sushi essen gehen sushi ja esst du mit uns okay aber gibst du mir das jetzt bitte ach lena zeig mal deine hand lenas hand geht es viel viel besser schaut mal ist fast abgehalten das ist die haut die natürlich jetzt kaputt ist aber ihre hand geht schon viel viel besser ne schatzi lena sag mal bus nein mach das mal weg so sag mal bus 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 bahn mond die flüstert immer wenn sie sich nicht sicher ist ähm was gibt es noch kusch ds ds dress tschüss lena curtains sag mal schau sag mal bei tschüss 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 hallo ich passé 큰 au der sie sagt mal au der auf der emel Ja okay, dann sag mal jetzt Bye, bis zum nächsten Mal Bye